Also, ich bin in irgendeiner Kombination gelandet. Ich wurde darauf netterweise hingewiesen. Ich habe keine Ahnung, mit was wir es reingeschafft haben. Also doch, ich glaube schon. Ja, Road Atlanta kann schon mal passieren. Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Wo kommt dieser Sound eigentlich her? Ich höre ihn sehr häufig. In charge of the Brazilian. The Port C Sport Super Cup race winner this season already of Ariel. Tries to go around the team brand line. Driver looks... Oh. Ah-ya. ...for the inside. Couldn't work with outside. Line is going to be the way to go around Edvin Bogan. And now, a little bit of a cover on the inside. There was a gap given by him. Arielle with that outside look. Will it work? Oh, Valero. What a move from there. Oh no. Oh no. Still there. You're on the right. Rewind. Clear all around. Thank you guys. Thank you. Oh no. You've got will damage. No problem. All the damage is repairable. All right. Here we go. Stone dead last. Thanks. Oh fuck it Hell! Welcome to falcon sports car. Ah, thanks. Ah, thanks. Ah, thanks. Okay Also ich meine auch wenn er stehen geblieben wäre, wäre es glaube ich egal gewesen Also ich glaube es hätte trotzdem gescheppert Es hätte trotzdem gescheppert glaube ich Oh Daniel Gray Daniel Hat Daniel gerade gesagt? Daniel hat böse Wörter gesagt gerade? Okay ich wollte schon sagen, Daniel hat keine bösen Wörter benutzt Und rein in die Box Was war das ein Gigamove? Oh 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 Das ist halt wie zum Kuckoo konnte der das jetzt auf der Geraden wieder aufholen Espera einen Sekunden Schöne Grüße an alle Nachbarn ich habe genießt Mir geht's aber gut danke Ah, es hat sich gerade die Gaspedal des Gaspedal des Gaspedal des Gaspedal des Gaspedal des Gaspedales Sieht der nicht, dass er eine Slowdown hat? White Flag, we'll need to pit to serve the penalty Nein Nein Er hat's nicht gesehen Ah Nein Nein Er hat's übersehen Woh Ich glaube wir haben wieder geschehen Wir haben geschehen Oh Oh What else can we do Musik an machen Dan Oh das kann nicht gut werden Hat der gerade innen? Warte mal kurz Hat er seine Bombe angekündigt? Bombe Hä? Guck mal woher Was? What the fuck? Hat er seine Bombe angekündigt? Oder war es ein Spotter? Nee das war der Spotter wahrscheinlich, oder? Ja Ich wollte gerade sagen, hat er jetzt So Äh 42 Nee 41 Komm jetzt, bin jetzt in, ne? Weiß Bescheid Das mach ich jetzt auch immer so Ich möchte hier extra nochmal kurz betonen, bevor dieser Clip abläuft Bevor dieser Clip abläuft Es war nicht meine Schuld Das war nicht meine Schuld Oh man Der andere ist wirklich in mich reingefahren Ich möchte das extra nochmal betonen Ist wirklich so Der kommt rüber Zu mir Guck Der ist extra, der ist hinten im Spiegel Der ist rüber gefahren Der hat sich selber erschossen Wir haben eine neue Leiter Caution Yellow flag They want you in single file Pit road is closed Let the paid carbide This will be the last green white chicken caution period Oh man Hm Okay You base got it through Anyway, the greens gonna come out Be down this front stretch And I'm turned I'm going off back again Oh no, he's blinking next to me Oh oh Was? What a gentleman LOL I'm going off It's really tight The fire off But Might be okay Pass that Pass that I guess you got the cup Zündung ausgemacht Ja Might be okay Pass that Pass that Der ist so krass, der Dude, ne Hauptsache einfach völlig casual mal so Pfff Zündung aus Pfff Zündung an Gary, you're awful man Just stop Uh oh Pfff 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 ки Ringrennen scheint gut zu funktionieren Pfff Das ist glaube ich Pfeffer, ne Pfeffer only, ja Huch Oh my god, bro Was haben wir uns vor dem stream gemacht Das ist ein guter Weg zu enden streamen. Holy voley, Hugo. Oh, he is. Yep. Yep. Why? For what reason? For what reason? Of course I take a race car to the face. Of course I take it to the fucking face. It is. It is. It is. Ja, hat's aber richtig geschleppert, Junge. Ja gut, was willst du da machen? Da kannst du nichts machen. Ich meine, hier siehst du das? Oh, hier ist. Yep. Aber ich meine... Also, ich möchte jetzt nicht in irgendeiner Form den Fahrer, äh, man hätte auch einfach mal vom Gas gehen können. Yep. Why? For what reason? For what reason? Of course I take a race car to the face. Of course I take it to the fucking face. It is, it is. It is a fun car to drive. Oh, oh, thank you. Nice one, nice. That was fucking beautiful. Matthias is not so begeistered. Hello, Mercedes. I'd like to order a BMW murder, please. Thank you. No, knowing Noah, he's probably in here. Yeah, that one. Oh, oh, oh. There are only five GDPs. And yet, I'm still scared. Oh, my God. I almost started the race on wet or dry tires. Oh, 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 oh. Dude, da war aber schon Code Brown, Alter. Da war richtig Code Brown. Oh, 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 oh. Wow. Oh, that would have been so bad. Yep. Oh. Oh, Dan hat sich aber diese Woche sehr viel Mühe gegeben, was? Yeah, for hardware reviews, I mean, I need to buy all the stuff. Like the 49, 14,900 was a loner. Someone from the computer. Habe ich was verpasst? Was war jetzt hier in dem Clip? Weil er das jetzt casual eingefangen hat, weil das Hack so wild war? Yeah, for hardware reviews, I mean, I need to buy all the stuff. Like the 49, 14,900 was a loner. Someone from the computer. Höh? Ach so, der Rückspiegel. Ach so, okay. 14,900 was a loner. Okay, I got it. Someone from the computer. I don't see shit, man. Thank you, Legends. Oh, no. It's over. I don't see shit, man. Fuck. My last, man. Er hat alles gegeben. Leader ist gone. Steht im Chat. Jo, könnte man so sagen. Uh-oh, where did Dan go? Clear on the list. Oh, no. Oh, Gott. Ich glaube, das war keine gute Woche für Dan. Ich glaube, das war keine gute Woche für Dan. So wie das aussieht. Das wäre, glaube ich, so ein Tag, da macht man einfach aus und sagt, hey Leute, ich muss kurz weg, ich habe Wurst im Auto. Oh shit, okay, let's not do that, whoa, yeah, grips us, okay, 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 never mind. LOL. Wie viel kann man denn, wow, wie viel, wie viel Glück kann man haben, eingefangen, kein weg geschossen, richtig gut. Und die Reifen sind warm gleich. Easy peasy. Easy peasy, sehe ich da. Wow. Wow. Sorry, I apologize for that. I... I don't, I don't, I don't, I don't, I don't. Solo. Ich weiß nicht, immer wenn ich das sehe, kann ich irgendwie Regen... Also gerade so ein Sprintrennen, huh, huh, schwer. Oh no. Oh my goodness gracious. You're back here. Right guard. Clear on the right. Oh. 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 Oh no. I hope he's fine. Oh no. I hope he's fine. Oh no. 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 Ich bin ganz ganz schlecht gelaunt nach so vielen Jahren. Ich kann das immer nicht einschätzen, ob das ernst ist oder ob das... Oh! Da wird immer... Also da ist so viel tilte, Alter. Das ist ja richtig krass! Puh! Das ist immer ganz schwer! Nein, gut. Wer hat das gesehen? Auf Bolsha ist, fellas. Kannst du dann einen Dumbie auf den Insel an den Oaktree legen? Vielleicht ist das das Problem? Formula ist ja... Formula ist ja richtig weh! Alter! Es sieht nicht aus, dass die Fortschritte sehr gut sind. Okay, nevermind. Ciao, ciao! Formula sieht aber richtig krass aus! Wow! Das war gar nicht mal so ein beschissener Feind! No way! No way! I'm here on the left! Stick up the course! You gotta slow down and give up that time! Car ride! Sorry guys! I just catch this, you know, grass or something or paint. Regen anbremsen macht Spaß! Alright, car is fine guys! Das ist aber gar nicht mal so eine schlechte Idee, das alles irgendwie vor's Feedback zu hängen, Junge! Wow! Da wackelt ja alles! Da ist ja wirklich alles gegangen, Junge! Ich mach extra mal die Camp aus, damit ihr das auch mal sehen könnt in der vollen Kamera! Das ist einfach die maximalste Immersion! Das ist aber wirklich die maximalste Immersion, Junge! Wow! Holy moly, Junge! Alter, Verwalter! Ja, wenn du halt alles ans Rick ran baust, ne? Deswegen hab ich immer alles davon getrennt, dass das nämlich nicht passiert! Fehlt nur noch ein Airbag am Sitz! Stell dir mal wirklich vor, du baust dir ein Airbag an deinen Rick ran und auf einmal scheppert dir so ein Ding in die Fresse! Woah! Wild!